Grüß dich und willkommen zur Top-Herausforderung in Brunsch, der 6. am 29.06.2023 auf der Kategorie, Schwierigkeitsstufe im Mittel und das sind die Regeln. Du darfst hier drei Affen platzieren, hast exakt 25.000 Startgeld, ein Startleben. Das Ganze erstreckt sich über zwei Runden, du hast 15 Mindeststufen, Affenwissen ist hier deaktiviert und ich glaube, bei den Modifikatoren ist so ziemlich alles auf Maximum. Okay, los geht's! Also hier gibt es einige unterschiedliche Lösungen, die Frage ist nur, welche am schnellsten geht. Du kannst das Ganze zum Beispiel mit dem Superaffen, dem Droiden und dem Hubschrauberpiloten schaffen, aber am schnellsten geht die mit dem Freibeuteraffen. Also entferne erst mal diesen Stein hier, dann platziere einen Freibeuteraffen hier hin, dann mach die Stufe 4 Verbesserung auf der mittleren Reihe, dann benötigen wir noch einen Droiden, wo ist er da? Den platzierst du einfach da hin, machst hier die Stufe 4 auf der mittleren Reihe und dann benötigen wir noch den Hubschrauberpiloten, der ist dafür da, um den Moab ein bisschen abzudrängen und der bekommt hier die Stufe 3 und dann sagst du hier oben bei Zielvorgabe fest verankert und setzt deinen Hubschrauberpiloten hier hin. So, du kannst dein Spiel jetzt schnell laufen lassen, hier kommen einige Bluenwellen, aber unser Droide kümmert sich um die, er macht sie alle platt, da kommen auch einige Herzbluns und er stoppt das Runderneuern mit seiner Stufe 2 auf der mittleren Reihe und jetzt in Runde 40 kommt der Moab. Der Moab hat wirklich extrem viel Gesundheit und du kannst ihn kaum platt machen, deswegen benötigen wir den Freibeuteraffen. Mit dieser Fähigkeit, wenn sie sich hier gleich aufgeladen hat, ziehen wir den einfach an Deck und lassen den verschwinden. So, Fähigkeit ist aufgeladen, zack, ich ziehe den an Deck und weg ist er. Ich bekomme hier 90 Affendollar und einen Affensturm. Okay, das war's, danke fürs Zuschauen, ciao, Ende und aus. Bis zum nächsten Mal.